In unserem YouTube-Kanal wollen wir auch Möbelmarken vorstellen. Und Paul Lindberg ist für uns ein absolutes Highlight. Denn diese Marke hat sich als Aufgabe gestellt, in Deutschland bzw. Europa hochwertige, aber gleichzeitig bezahlbare Designermöbel herzustellen. Und im Folgenden wird uns Mark Hofmann, der Geschäftsführer der Möbelhäuser, die Kramlis und die Wohnidee, unser Chef vorstellen, was denn hinter der Idee Paul Lindberg steckt. Wir sind heute hier in Heilbronn in einer Manufaktur, die für uns das neue Modell KIM für die Paul Lindberg-Kollektion produziert. Das ist eine Manufaktur mit rund 20 Mitarbeitern, die auf höchstem Niveau, das heißt in der Auswahl der Materialien, aber auch in der Verarbeitungsqualität arbeitet und deshalb das Modell für uns top umsetzen kann. Die Arbeitsweise von Paul Lindberg wird in diesem Modell besonders deutlich. Deutlich deshalb, weil wir ja bei einer Produktentwicklung von Anfang an alle Beteiligten, vom Designer über den Produzenten bis in die Einrichtungshäuser und am Ende für den Menschen, für den wir das Produkt bauen, mit in das Ganze einbeziehen. Dahinter steht natürlich immer, dass wir einen ganz hohen Grad an Individualisierung den einzelnen Häusern, aber damit auch demjenigen, der sich mit dem Modell beschäftigt, bieten können. Und deswegen ist es natürlich für uns selbstverständlich, dass wir versuchen, so regional wie möglich auch unsere Produzenten oder unsere Lieferanten auszuwählen. Das machen wir deswegen, weil wir natürlich dann durch den engen Austausch, und das kann ich für Paul Lindbergh sagen, wir kennen jeden unserer Lieferanten persönlich, also nicht nur den Produktionsstandort, nicht nur den Unternehmer selbst, sondern selbst bis runter auf die Hobelbank oder bis in so einer Manufaktur, bis zum Zuschnitt, bis zum Polsterer, bis zu den Näherinnen. Wir kennen im Prinzip tatsächlich jeden, der in dem Prozess beteiligt ist. Und dann kommt auch am Ende des Tages, wie man hier auch sieht, ein tolles Produkt raus. Bei Paul Lindbergh ist es so, dass wir grundsätzlich europäisch denken, also das heißt, wir haben alle Lieferanten, die in der Kollektion sind in Europa. Die Krönung ist natürlich dann, wenn wir so regional arbeiten können wie hier, das heißt innerhalb Deutschlands, weil wir dann natürlich einen ganz engen Kontakt pflegen können in der Entwicklung und auch danach, wenn produziert wird und dadurch ein hoher Nutzen für den Endkunden dadurch entsteht, dass er wirklich sein Produkt zugeschnitten auf seine Bedürfnisse auch von uns erwarten kann. Wenn sich Design und handwerkliche Qualität zu solchen Produkten verbindet, dann ist es Paul Lindbergh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.